Hallo und willkommen zu einem neuen Wochenblog. Hier im Chaos. Ich bin gerade auf... Oha! Ah, scheiße! Nein! Ja, mein Herz ist schon mal wieder... So, Sekunde. Hupsala. Hat es ein bisschen zu hochgestellt, aber gut. Egal, das ist mal gleich... Oh, sauber. Ja, bin gerade am Nudeln machen. Da hinten baue ich gerade mein TV-Lowboard auf. Wenn ihr es seht, da. Es steht inzwischen schon Bänke. Man kann sich jetzt auch hinsehen, dass es geht jetzt langsam voran. Ähm, ich wollte euch kurz zeigen, was im Adventskalender wieder war. Ach, Hilfe! Am ersten Tag... Also, ich habe jetzt drei Tage nicht gevloggt. Heute ist Dienst... Dienstag, ja. Ähm, dann war am Sonntag folgendes drin. Queen of Hungary Mist. Keine Ahnung. Ähm, von Omoro Vitschka. Oh Gott, ich habe keinen Plan. Einfach so ein Spray, was ein bisschen duftet. Finde ich ganz gut. Dann, gestern war drin von Dr. Lip Original Balm. For Dry Skin and Lips 100% Naturals und Balsam für die Lippen. Und heute war drin von Crabtree and Evelyn London Lassochs Ultra Moisturizing Hand Therapy. So, also eine Handcreme. Genau, die Sachen waren drin. Und ich gucke hier nebenbei noch gerade YouTube-Videos, wie man sieht. Hier sieht es noch aus, aber die Küche war als einziges aufgeräumt. Jetzt gerade beim Kochen natürlich nicht, aber läuft. Genau, ich werde mir jetzt meine Nudeln gerade schmecken lassen. Und dann werde ich meine Videos noch schneiden. Ein Blog, der heute noch online kommen soll, den werde ich gleich noch schneiden und soweit fertig machen. Und dann schneide ich noch einen Blog für morgen und dann sind wir aktuell endlich wieder. Deswegen, ja. Ich wollte euch das nur kurz sagen. Heute gibt es nicht mehr. Also vielleicht am Wochenende werde ich ein bisschen bloggen, wenn dann Weihnachten ist, wenn ein bisschen was ansteht. Hier hoffentlich dann schon alles fertig ist. Ja. Hallo zusammen. Heute war Inventur in der Firma. Deswegen bin ich jetzt schon zu Hause. Ich bin aber heute auch um 6 Uhr dafür angefangen. Und ich wollte euch ein paar neue Updates geben. Und den Adventskalender habe ich euch ja schon vor lange nicht mehr gezeigt gefühlt. Updates. Ich habe jetzt endlich einen Schreibtischstuhl, beziehungsweise generell halt Stuhl von Ikea. Ist der so ein rosaner. Finde ich. Sieht da ganz gut aus. Da wird schon mal gerade meine Toilette zusammengebaut, damit endlich ich eine schöne, neue, reine Toilette besitze. Ach ja, die Türen. Das ist das Wichtigste. Ich habe neue Türen von uns in der Firma. Ähm, ich hoffe, das kann man, weiß nicht, ob man es gut erkennt. Da, also dieser Rahmen, beziehungsweise die Zarge, die habe ich noch nicht ganz fertig gestrichen. Das kommt noch. Aber sind alles weiße Türen. Da habe ich jetzt eine mit Lichtausschnitt. Mit so einem, wir nennen das auch bei Firma, Giraffenglas. Das habe ich jetzt genommen. Und hier ist auch eine besondere Tür drin. Sekunde. Hier hängt jetzt übrigens auch eine schöne Lampe. Und hier ist diese Tür drin. Ich bin gerade in der Absteckkammer vor dem Badezimmer. Da habe ich eine Bullaugentür drin, was richtig cool ist, finde ich. Ja, und dann noch zum Schlafzimmer hin. Da ist eine ganz normale Tür. Das sind meine drei Türen, die ich jetzt neu habe. Und ich finde sie sehr, sehr schön, muss ich sagen. Meinen Schrank habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Der ist aber auch noch nicht fertig. Ich nehme euch hier mal kurz mit rein. Hier kommt komplett die ganze Wand mein Schrank hin. Müssen halt noch die Türen vor und so. Da müssen dann noch gemacht werden. Aber er steht schon mal. Das ist schon mal gut. Und dann zeige ich euch noch die Sachen aus dem Adventskalender. Und zwar muss ich gerade mal überlegen. Heute ist der 20. Nee, heute ist schon der 21. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, heute ist der 21. Ja, heute ist der 21. Dann war am 19. von Elemis Prokollagen Marine Cream Anti-Wrinkle Anti-Aging Cream drin. Also einfach eine Creme gegen Falten. Gestern war drin, Moment, von Magnetone London Wipeout The Amazing Microfiber Cleansing Clove. Also so ein Reinigungstuch fürs Gesicht, was man immer wieder benutzen kann. Aus Mikrofaser oder so. Das kann man in der Wäsche geben. Dann kann man sich damit wieder reinigen. Und zwar ohne, dass man Make-up Entferner benutzt. Und heute ist dieses Produkt drin von, keine Ahnung, ich glaube die Firma ist High Definition. Ich weiß es nicht. Eyeshadow Palette. Die packe ich mal gerade aus. Sekunde, ich stelle es mal kurz hier oben ab. So, so sieht die aus. Ist ganz schön von der Verpackung, recht schlicht. Und hat einen Spiegel und, ja, ja. Und das sind die Farben. Also recht natürlich. Ganz schöne Farben. Für die meisten wahrscheinlich ganz schön. Ich werde es nicht swatchen, weil ihr wisst, wie viele Paletten ich besitze. Und ich denke nicht, dass ich genau diese fünf Farben jetzt brauche. Die habe ich in sehr vielen anderen Paletten. Deswegen werde ich die auf jeden Fall verlosen. Da könnt ihr euch dann mal drüber freuen, wenn es dann wieder eine Verlosung gibt. Es wird bald eine geben. Sobald mein ganzer Krempel wieder hier ist, stelle ich eine Verlosungsbox zusammen. Dann kommt ihr was. Ob die dann da drin ist, weiß ich noch nicht. Oder in einer anderen Verlosung. Ihr werdet es sehen. Aber es wird bald wieder eine Verlosung geben. Genau. Und da kommt diese auf jeden Fall demnächst mal irgendwann rein. Das sind die Sachen, die jetzt... Oh. Ich glaube... Upsala. Stopp mal, das passt ja jetzt nicht ganz. 25, 24. 23, oh. Ja, okay. Die Palette wäre, glaube ich, erst morgen drin gewesen. Aber ist jetzt auch scheißegal. Dann zeige ich euch halt morgen nicht, was drin war. Sorry, ich bin einst früh. Oh Gott. Die Katze wieder. Rennt mir wieder vor die Füße. Das ist mal wieder typisch. Ja, das ist erledigt. Und heute muss ich noch so ein paar organisatorische Dinge beim Amt machen. Keine Ahnung. Mal gucken, was ich da noch alles machen muss. Dann muss ich auch unbedingt... Was wollte ich denn heute noch? Ach so, ich habe heute noch einen Termin bei der Sparkasse. Ja, muss ich auch noch hin. Und zwar war mir bei meiner Mutter da in der Stadt. Ja, mal gucken. Aber jetzt habe ich endlich Urlaub. Das ist so schön. Ich habe morgen frei. Und dann habe ich natürlich... Erstmal am Zweiten muss ich dann wieder hin. Habe jetzt erstmal die ganze Zeit Urlaub, was sehr, sehr angenehm sein wird, hoffe ich. Ja, das ist alles, was ich euch, glaube ich, hätte erzählen können jetzt. Sonst gibt es nicht viel Neues. Ich hoffe, wir sind bald fertig. Aber es sind ja wirklich nur auch jetzt im Grunde Möbel aufbauen fast. Das wird hoffentlich schnell gehen. So, hallo zusammen. Heute ist Freitag. Ich öffne ja heute kein Adventskalender-Türchen, weil ich glaube, ich habe gestern ein zu viel geöffnet. Sorry nochmal dafür. Es hat sich wieder einiges getan in meiner Wohnung heute. Wir waren heute sehr, sehr produktiv, muss ich sagen. Ich fange aber trotzdem mit der Look Incredible Box an. Es gibt übrigens inzwischen drei Look Incredible Boxen. Die reguläre, die Deluxe. Und dann gibt es jetzt noch die Secret, irgendwas Secret Box. Und die ist nochmal teurer als die Deluxe Box. Aber die kommt nur jeden zweiten Monat. Und die habe ich mir bestellt. Allerdings ist bis jetzt nur die Deluxe Box angekommen. Und die wollte ich euch jetzt schon mal vorstellen. Sieht wieder so aus. Ja, zeige ich euch mal, was drin ist. Und zwar greife ich einfach mal rein. Ich habe hier auch den Zettel. Es fängt an mit einem Pflegeprodukt von Vichy. Und zwar ist das Slow Age Sans Quotidien Corrector. Also irgendwie so ein bisschen mit Lichtschutzfaktor 25. Soll so ein bisschen der Alterung der Haut entgegenwirken. So sieht das aus. Ist sehr schön in einem Glasflakon. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat insgesamt einen Wert von 30 Pfund. Also in Euro nochmal mehr. Euro sind ja dann auch ein bisschen mehr. Also sagen wir mal, ich weiß nicht genau, 30, 35 Euro irgendwo in dem Dreh. Dann umsonst als Goodie war von Florapie Anti-Aging-Maske. Auch noch was Anti-Aging-mäßig ist. Aber es war halt umsonst. Und davon waren schon mal zwei Stück drin. Finde ich gut. Masken kann ich nie genug haben. Hat glaube ich auch sogar einen Wert von 5 bis 8 Pfund. Und dann, was mir sehr gefällt, die Marke mag ich sehr gern. Und zwar The Balm. Da habe ich mir auch gerade was bestellt. Das können wir auch mal gleich zusammen öffnen. Und zwar ist das hier Pick-Up-Liner. Das ist ein Lip-Liner. In der Farbe Fine All Over. So ein richtig knalliges Rot. So sieht die Verpackung übrigens aus. Da muss ich mal gucken. Der, die Katze spielt da hinten mit so einem Draht rum. Da geht die voll drauf ab. Der Lip-Liner hat da so ein bisschen so Absetzung dran. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er dadurch, ob das heißt, dass er schlecht ist. Oder ob das einfach nur von der Kälte, vom Frost ist. Ich muss das mal googeln. Ich glaube aber, wenn man die oberste Schicht abnimmt, ist das nicht mehr so problematisch. Ich gucke mir das auch mal genauer an. Aber der war drin. Das finde ich sehr gut. Der kostet 14,99 Pfund. Dann geht es weiter mit einem Produkt von Benefit. Und zwar Air Patrol. Wollte ich immer mal austesten. Als ich das damals gesehen habe, dass die ganzen YouTuber zugeschickt bekommen haben. Finde ich ganz interessant. Der, das ist ein Eye Primer, also ein Augendiet Primer. Kostet 24 Pfund. Und zu guter Letzt noch ein sehr, sehr teures Produkt. Und zwar von Gucci. Kostet 38 Pfund für zwei Lidschatten. Ich kann euch das mal genauer zeigen. Sekunde, ich hole das mal auf den Samttäschchen hier raus. Das ist die Verpackung. Und Sekunde, wenn ich es jetzt mal aufkriege. Oh, so, ja. So sieht es aus. Und das sind die Farben. Ich finde die Farben sehr, sehr schön. Sie sind sehr neutral. Kann bestimmt jeder was mit anfangen. Normalerweise würde ich sagen, ich habe die Farben. Brauche ich nicht. Aber das ist das erste Produkt, was ich von Gucci habe. Und deswegen möchte ich es sehr gerne behalten. Und es ist ja auch sehr teuer. Ich meine, das würde jetzt 40 Euro kosten für zwei Lidschatten. Und es ist so, als würde ich mir eine Naked-Palette kaufen. Und ja, ich möchte die einfach super gerne austesten mal. Deswegen behalte ich das. Das waren die Sachen, die da drin sind. Hat insgesamt einen Wert von über 110 Euro, die Box. Ich bezahle dafür 50 Euro ungefähr. Ich kann es nicht sagen, wie viel es umgerechnet ist. Aber ich würde sagen, mit Versand aus England 50 Euro oder so bezahle ich allein für diese Box. Und da ist jetzt ein Wert von über 110 Euro drin. Dann seht ihr direkt hinter mir die erste Sache, die neu ist. Und zwar habe ich das euch schon mal gezeigt. Beziehungsweise mal in meinem USA-Vlog drüber geredet. Dass meine Mutter mir ein Bild gekauft hat in New York. Und das ist dieses hier. Ich finde das richtig, richtig schön. Das macht sich richtig gut hier über meinem Sofa. Dann hinter mir noch ein Bild. Und zwar ist das ein Bild von meinem Hund. Das ist mein Hund Lucky. Für alle, die ihn vielleicht schon kennen oder nicht so kennen. Ich habe damals mal ein Fotoshooting mit ihm machen lassen. Ich glaube, das war runtergesetzt. Das hat 80 Euro nur noch gekostet. Nur noch in Anführungszeichen. Das macht sich da richtig gut auf der dunklen Wand. Ich habe das extra nach da gesetzt. Weil ich möchte da gerne noch irgendwann ein Bild von Nofretete machen lassen. Auch auf weißem Hintergrund. So hochkant, wie sie vielleicht sitzen. Das fände ich richtig, richtig schön. Deswegen hängt er da. Wir sind gerade dabei, das TV-Lowboard zu machen. Ist jetzt fast fertig. Gehören nur noch zwei, drei Klappen, Schrankklappen dran. Und was cool ist, Sekunde, Sekunde. Tada! Hier kann man richtig cool einstellen. Kann man heller einstellen. Man kann das Ganze ein bisschen dimmen. Also es ist richtig, 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 richtig cool, wie ihr seht hier. Warte, ich mache mal ein bisschen doller. Und dann kann man natürlich auch noch verschiedene Farben einstellen. Rot, Grün. Ich finde, Grün sieht richtig geil aus. Aber hier passt ja am besten halt Rosa so rein. Pink. Dann hier Blau oder so Weiß. Finde ich halt auch ganz cool. Ja, finde ich mega, mega cool. Werde ich bestimmt oder hier. Kannst du irgendwie Party machen hier. Nein, aber ich wollte es schon immer haben. Und da, also da und, nee, da oben. Dann da und da und da kommen auch noch mal Lampen dran, die dann ebenfalls leuchten werden. Genau. Das ist neu. Und dann da drüben habe ich einen kleinen Hocker, wie ihr seht. Der jetzt hier ist, das ist der Tisch, den ich mal irgendwann bestellt habe. Sieht der aus. Was habe ich noch Neues? Ah, hm. Zwar hat mein Opa heute die neue Toilette angebracht. Tada, jetzt habe ich endlich eine schöne, also sie war sehr günstig, 70 Euro, ist nichts Besonderes. Aber eine Toilette, auf die man sich ruhig mal gerne setzen mag. Die nicht eklig aussieht, weil sie ja einfach noch neu ist. Und dann im Schlafzimmer noch habe ich auch Bilder angebracht. Und zwar dort. Dort sind jetzt auch noch zwei Bilder. Finde ich, sieht ganz gut da aus. Das habe ich mal von meiner Oma gekriegt. Ich glaube, das ist von Ikea. Und das ist von Maison du Monde, wenn ich mich täusche. Ja, jetzt hängt das da so. Obwohl das, glaube ich, ein bisschen dumm ist, dass ich es da angebracht habe, weil ich noch gar nicht weiß, wie in mein Bett hinkommen soll. Aber nun gut. Werden wir sehen. Irgendwie wird das schon zur Not. Kann ich es immer noch umhängen. Alles gut. Jetzt hängt es erst mal so. Genau. Das sind die Sachen. Ach, ja, Adventskalender habe ich ja gesagt nicht. Und das war's. Hier steht mein Fernseher schon parat. Den kann ich da natürlich auch schon dran stellen. Tada, das ist mein Fernseher, also noch in der Verpackung. Und es gibt natürlich noch was. Hier habe ich übrigens inzwischen Pflanzen dran. Habt ihr, weiß nicht, ob ich es schon gezeigt habe. Und hier hängt inzwischen meine Garderobe. Und hier steht meine Kommode. Da kommt jetzt noch ein riesen Spiegel drüber und so. Also ja, dauert alles noch ein bisschen. Ja, das war das, was ich euch zeigen wollte. Jetzt mache ich hier ein bisschen klar Schiff. Ich hatte heute Suppe gekocht. Da gönne ich mir jetzt noch ein bisschen was von. Und ja, ich habe mir, also es ist schon einiges, was heute passiert ist, finde ich. Und dann muss ich jetzt noch ein bisschen aufräumen, weil Sonntag, heute ist ja Freitag und Sonntag kommen schon die Gäste. Das heißt, ich muss langsam mal hier klar Schiff machen. Deswegen fange ich jetzt mal ein bisschen an, hier irgendwas zu tun. Da fällt mir gerade noch ein, ich wollte mir noch die Palette zeigen, die ich bestellt habe. Und zwar liebe ich die The Barn Paletten, generell diese länglichen. Diese, die liebe ich einfach. Und jetzt gibt es die Nude Beach Palette. Und die habe ich mir natürlich bestellt, weil die sind richtig toll von der Figmentierung. Und ich mag deren Verpackungen sehr, sehr gerne. Und ich kriege es jetzt hier gerade nicht raus. Das ist jetzt die dritte Palette von denen. Dann gibt es ja auch noch diese mit, wie viele, mit neun Lidschatten, glaube ich. Die finde ich auch toll. Habe ich erst eine von, gibt es ja auch drei oder vier von. Muss ich alles noch besorgen. Aber das ist sie, beziehungsweise so rum gehört sie. Sekunde. So. Ich finde sie sehr, 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 sehr schön. Und sie gehört halt, die ist jetzt halt Nude. Also die sind alle Nude Farben. Aber die ist jetzt, ja obwohl die geht jetzt so ein bisschen mehr auch ins Rot, wie es ja ein bisschen in ist. Und die gehört einfach in meine Sammlung. Ich liebe diese Paletten. Deswegen musste ich die auch unbedingt haben. Und ich weiß jetzt schon, dass ich sie toll finden werde. Auch hier finde ich das Design irgendwie super, super süß. Ich weiß nicht, ich mag das gern. Und jetzt durfte ich die auch in meiner Sammlung willkommen heißen. Das freut mich. Ja. Und jetzt muss ich, wie gesagt, hier erstmal weiter machen. Klar, Schiff machen. Es ist noch viel zu tun bis Sonntag. Deswegen fange ich damit am besten mal an. No, potato. Komm hier. Komm hier. No, potato. Ja, komm hier. Lucky. No, no. Komm, Lucky. Und hier geht es weiter. Der tut dir nichts. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Hallöchen. Hör auf. Das spinnt wieder rum, weil ich da hinten eine Lichterkette jetzt habe. Und übrigens, Lucky ist da. Oh, oh. So nah waren sie sich noch nie. Wie die knurrt. Also irgendwie ganz komisch und faucht. Und ja, die beiden. Ihr habt es vielleicht irgendwie gesehen. Sie haben sich nur angeguckt. Mehr ist da noch nicht gewesen. Sie ist auf dem Kratzbaum immer schnell verschwunden. Sie ist noch nicht so begeistert von Lucky ist. Lucky würde sie sehr gerne mal kennenlernen, sage ich mal. Aber irgendwie möchte sie nicht. Ich wollte euch jetzt etwas zeigen. Katze einmal kurz weg, bitte. Und zwar kam noch ein Paket an. Und zwar diesmal die Look Incredible Secrets Box, von der ich euch erzählt habe. Die reguläre Box ist noch nicht angekommen. Keine Ahnung, wo die bleibt. Aber ich zeige euch mal diese Box einmal kurz. Und zwar war da als erstes diese Tasche hier drin mit ein paar Elizabeth Aden Sachen. Ja, genau. Dieses kleine Make-Up-Täschchen. Beziehungsweise so klein ist es gar nicht. Hat eine gute Größe so zum Mitnehmen. Und da waren... Ich habe das natürlich schon ausgepackt, deswegen... Hier, Katze, damit kannst du spielen. Zum einen... Das war ein sechsteiliges Elizabeth Aden Set. Der Hund ist voll laut. Tut mir leid. Und zwar Flawless Future Powered by Caramide. Was ist denn das? Das ist, glaube ich, eine ganz normale Tagespflege. Moisture Cream SPF 30. So eine Hyaluron-Creme. So sieht die aus. Die war da drin. Dann war da ein Serum drin. Und zwar... Flawless Future Powered by Caramide. Cable Serum. Ja. So ein Serum von Elizabeth Aden. Dann geht es weiter mit einem zweiten Serum. Pre-Wage Anti-Aging Serum. Das ist von Elizabeth Aden ebenfalls. Dann ein Make-Up Remover ist drin von ihr. Ein Lipgloss. So ein kleiner süßer Lipgloss. Der glitzert richtig schön. Irgendwie sieht er richtig schön aus. Ich weiß noch nicht, ob ich den selber brauche. Weil ich bin nicht so ein Lipgloss-Fan. Vielleicht wird der auch verlost. Mal gucken. Und zu guter Letzt die 8-Hour-Creme. Und darüber freue ich mich sehr. Die kann man ja für alles benutzen im Grunde. Ich will die vielleicht mal für trockene Lippen oder irgendwie was benutzen. Muss ich mal gucken. So. Dann war als nächstes ein Kajal drin. Von. Ich weiß nicht, wie man die Marke ausspricht. Erin. Keine Ahnung. Einfach nur ein schwarzer Kajal. Ich kenne die Marke nicht. Und ich habe genug schwarze Kajal-Stifte. Deswegen brauche ich den auch noch. Den werde ich mal verlosen. Katze, bitte mal ganz kurz weg. Danke. Wo geht es weiter? Hier geht es weiter. Dann habe ich nämlich ein Produkt wieder von Gucci. Ich hole es mal raus. Dann kann ich euch das zeigen, wie das aussieht. Und zwar ist das so ein Lip Lecker. Ich glaube, der trocknet nicht. Also ist nicht matt. Der trocknet nicht richtig an. Was ich ein bisschen schade finde. Aber so sieht der aus. So eine dunkle Farbe werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist Gucci. Möchte ich unbedingt mal testen. Ja. So. Und zu guter Letzt und natürlich das beste Produkt ist etwas von Becca. Und zwar noch aus der letzten LE, die es jetzt sogar noch gibt im Grunde. Ich weiß nicht, wie heißen die LE? Ist das hinten drauf? Das ist auf jeden Fall die Eyelights Palette Apresci Glow Collection. Genau. Und zwar ist das hier. Da gibt es eine so eine Face Palette. Und das ist die Eyeshadow Palette. Und die mache ich mal kurz auf, wenn ich es jetzt mit einer Hand hinkriege. Sekunde. Ich muss euch mal ganz kurz hier abstellen, weil sonst kriege ich das nicht auf. So. Einmal einen großen Spiegel. Und das sind die Farben. Und ich finde die richtig, richtig, richtig schön. Ich hätte es mir wahrscheinlich nicht selbst gekauft, weil es sehr teuer ist dafür, dass es nur sieben Farben sind. Aber jetzt, wo ich sie so habe, finde ich sie sehr, 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 sehr schön. Und werde ich unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht dann schon morgen oder übermorgen. Da ist nämlich eine Party und dann möchte ich die gerne austesten. Freue ich mich sehr, 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 sehr. Aber schon allein die Verpackung ist richtig, richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Und ja, das war die Secrets Palette Box, die ja nur jeden zweiten Mord kommt und auch sehr teuer ist. Aber sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Elizabeth Arden Set finde ich sehr, sehr gut, weil ich die Sachen gerne austesten möchte. Es war von Gucci drin und von Becker. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Und ansonsten könnt ihr mal gucken. Ich habe jetzt den Fernseher inzwischen angekriegt. Ich gucke jetzt, also ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie das funktioniert, dass ich da normale Sender habe. Aber letztendlich gucke ich eh nur Netflix, YouTube und Amazon Prime im Grunde. Von daher, die Sachen habe ich da schon drauf. Und jetzt gerade gucke ich halt YouTube. Und ja, das ist ganz cool, immer auch so ein riesen Ding zu gucken anstatt auf dem PC oder so. Weil dann kann man es einfach laufen haben und zwischendurch putzen oder irgendwas machen. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich werde jetzt erstmal noch weiter gucken und währenddessen halt noch irgendwie ein bisschen räumen hier, weil ich ja Morgenbesuch kriege. Und ja, das mache ich jetzt. Hallöchen zusammen. Heute ist der erste Weihnachtstag. Und zwar der 25. Ich habe gestern an Heiligabend nicht gefilmt, weil ich super im Stress war. Also wirklich. Ich muss hier noch ein paar Sachen wegräumen, aufräumen, wenn die Familie kommt. Und dann habe ich ja für alle gekocht und ich habe eine sehr kleine Küche. Das war ein riesen Chaos. Das ist immer noch ein bisschen Chaos. Ich habe das meiste schon weg. Ich habe schon, glaube ich, drei Spülmaschinen durch. Ja, und jetzt bin ich heute Morgen aufgewacht. Und ich bin irgendwie richtig träge und müde. Keine Ahnung. Ach, richtig, richtig müde. Und ich habe gestern zum Beispiel von meinem Bruder und seiner Freundin diese coole Mütze gekriegt, die Seahawks Mütze. Und da hinten ist noch so ein Football mit den Seahawks drauf und eine schöne Lichterkette habe ich noch gekriegt und sowas. Ansonsten habe ich nicht mehr so viel gekriegt. Das meiste habe ich schon vorher bekommen. Ja. Und war bei Wagen ganz schöner Abend gestern. Dann haben wir noch die Seahawks gewonnen, was auch sehr, sehr schön ist. Das heißt, sie haben noch die Chance auf den Superbowl bzw. erstmal auf die Playoffs. Und, yes, das war gestern und jetzt heute gesagt super müde irgendwie. Ich bin liegt den ganzen Tag schon auf dem Sofa. Ich weiß auch nicht. Das habe ich eigentlich... Früher hätte ich das mal öfter, aber inzwischen nicht mehr so. Ja, jetzt ist es schon gleich 16 Uhr. Mein Hund ist auch die ganze Zeit am Pennen. Der hat auch keinen Bock. Der wollte eben auch nicht raus. Also keine Ahnung. Meine Katze pennt auch hiermit. Also wir sind alle ein bisschen träge heute. Keine Ahnung. Aber nachher geht es noch auf eine Party. Und zwar ist diesmal Xmas Party. Und da will ich hingehen, weil ich es den anderen versprochen habe, auch wenn ich gar nicht richtig Lust habe. Aber vielleicht kommt es gleich noch. Ja, ich wollte euch da noch kurz die letzten Adventskalender-Sachen zeigen. Hä? Fehlt da nicht noch eins? Ach, ach, ach. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war diese Mascara am 23. drin. Und zwar von Deuce. Ich habe keine Ahnung, ob die Marke Deuce heißt. Aber Maxlash Volumizer Mascara. So sieht die aus. So eine kleine Größe. Dann am 24. war dies hier drin. Dr. Botanicals Vegan Friendly. Ja, was ist es denn? Moroccan Rose Superfood Facial Oil. Ja. Also ein Gesichtsöl. Ich habe momentan noch eins in Benutzung. Also dauert noch, bis ich das gebrauchen kann. Weil das Gesichtsöl, was ich jetzt habe... Also generell Öle sind ja sehr ergiebig und das ist eine riesen Flasche, sage ich mal. Ja, deswegen würde es noch dauern, aber ich bewahre das gerne auf. Und dieser Kalender hat ja 25 Türchen. Also im Grunde heute war dieses Set hier drin. Darüber freue ich mich riesig. Und das ist von Pixi so ein Set. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Ähm, ist einmal drin ein Liquid Illuminator, ein Blush & Highlighter und ein Glossy Lip Plumper. Genau, einfach so ein kleines Set. Das finde ich sehr, sehr cool. Äh, boah. Werde ich denke ich mal ausprobieren. Oder, ich habe gerade überlegt, oder ich verschenke das. Ich weiß es noch nicht, ich kann es noch nicht ganz genau sagen. Weil ich glaube den Liquid Illuminator habe ich schon, wenn ich mich nicht täusche. Lipgloss ist nicht so mega. Diesen Blush & Highlighter finde ich zwar ganz interessant, aber... Ja, ich muss mal gucken. Ähm... Ich werde jetzt noch ein bisschen Videos gucken auf meinem Fernseher dort. Und... Da mache ich mich irgendwann fertig. Esse wahrscheinlich noch was. Dann bringe ich Lucky wieder nach Hause zu Papa. Und dann geht es nachher zum Vortrinken bei meinen Freundinnen. Also bei Tabea. Und dann gibt es nachher Party. Juhu! Das Vortrinken ist auch erst so spät. Es geht so halb neun, Viertel vor neun. Ich finde das so spät, da penne ich ja schon fast. Aber ja, wird schon. So, ich bin fertig. Und die Mütze habe ich übrigens auch zu Weihnachten gekriegt. Und jetzt geht es mit Lucky wieder heim. Also der kommt jetzt wieder weg. Den fahre ich jetzt weg. Laufretriete bleibt heute die erste Nacht alleine, weil ich heute dann bei Tabea schlafe, weil ich was trinken werde. Aber ich habe die Fressen genug hingestellt. Sie wird es überleben. Es ist ja jetzt auch schon spät. Also ich bin relativ spät, fahre ich jetzt los. Damit sie nicht ganz lang allein ist. Also ich weiß nicht, den Großteil des Tages ist hier eher am Pennen. Also von daher, ich bin morgen auch recht früh wieder hier. Genau, und jetzt fahre ich los. Und jetzt fahre ich los.